ach die sind niedlich die jungs hier der eine hat sogar schon zwei haarbox das ist geil hier echt ist so viel damage und du kannst nichts dagegen machen ich habe jetzt die konti wechseln muss dann ist der damage output weg und das hiechert immer noch 600 millionen leben ich frage mal die jungs wurde auch gefragt wann ich mal englisch spreche in meinen videos and I don't know when I will start with this ja also englische video zeich mal probiert und ich weiß nicht dass es so gut ist so ein bisschen bl spur oder ich finde das Pad ja uhrsmäßig geil also vom Aussehen her finde ich das Pad ja richtig genial das ist halt doof dass ich jetzt wieder das Linus nicht mehr habe was ich eigentlich bräuchte Daniel wollte nur kurz duschen gehen dann sind wir noch nicht wieder da ne 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 und für die Gestalt für meistens die Zeichen die Hochzeichen von Leuten benutzt werden die auch nicht englisch Tastatur habe. Wenn ich jetzt auf englisch umstelle meine Tastatur und dann ich glaube das ist ein anderes Zeichen aber frag mich jetzt nicht, ich weiß es nicht Könnts ja mal machen. Ich stell mal meine Tastatur auf russisch Nein, englisch wollte ich eigentlich Das war, welcher Hotkey war das? Da gab es noch mal ein Hotkey für hier an der Seite seht ihr gerade die Uhrzeit 10 Uhr noch irgendwas? Ja russische Es gab mal ein Hotkey dafür Windows-Taste und Leertaste Ja, lustig ganz lustig Ihr seht ihr uns noch mal, ja Der einer hat sich schon geworben, der will 19, ok an dem Herzlich willkommen bei Last Instance Meine Damen und Herren Das freut mich Und das auch noch Leute sind die sich kennen und ich freunde sind die gedacht haben, komm wir spielen das komische Spiels einfach mal Würde mich ja irgendwie amüsieren und irgendwie so ungemein Das war noch keiner Das Vieh ist auch recht Nicht so geil Die Idee mit Half-Life das Teil anzufangen ist auch nicht so geil Er hat sich bisher nur er beworben Wollte ich's die Clan name Die letzte Instanz meine Damen und Herren ist der Clan name Herzlich eingeladen, alle die sich bewerben wollen Auch von euch Wer das Video sieht Ihr seid herzlich eingeladen, euch bewerben zu verlieben wollen Ihr seht Ach, Orbit als Gruppenspiel Sozialer Bandpunkt Faktor Ach, keine Ahnung So entstehen Freundschaft So entstehen Freundschaft Selbst wenn der Aene zum Beispiel kein Deutscher ist der Friend Dann äh Hyperion ist eh geil sein Name Gut Gut, dass ich nur eine Konfi geladen habe Gar nicht, gar nicht doof oder so Das zu tun Nur eine Konfi laden Ach hier Level 17, Level 18 Ahhhh Hyperion Und Level 17 Hi Herzlich Willkommen im Clan Okay Finde ich ja irgendwie geil Tatsächlich Bronze Star 2012 Alter Es ist einfach mal sieben Jahre her Heute Sieben verdammte Jahre Meine Güte Sieben Jahre Was sind sieben Jahre? Ich überlege sieben Jahre Das ist Alter Schwede Da war ich in der zehnten Klasse vor sieben Jahren Das ist schon geil Vielleicht das Spiel auch gespielt Uh, 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 uh Schon drei Jahre lang Ich bin jetzt in der Zehnte In der Zehnte In der Zehnte In der Zehnte Ich schreibe hier bloß in Englisch Ach schön Jetzt ist hier ein Mann Jetzt kommt da hier der Gegner Hier Mach das nicht nochmal, Kollege Wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, ist ja gemein Ich weiß gar nicht, was meine Drohnen dazu sagen Abonnieren